Nein, nein, hört auf, Digger, Rockstar Games, äh, Rockstar North Game, der Soundtrack, wuuuuh, was geht ab, meine lieben Freunde, euer Ernesto Valverde, es ist wieder back in the business und herzlich willkommen zum ersten GTA San Andreas Remastered Let's Play. Ja Freunde, wie lange ist es her, als wir GTA San Andreas auf diesem Kanal gebracht haben, 6 Jahre, 7 Jahre, ich weiß es nicht mehr, aber damals die Let's Play Reihe ging unnormal ab und ich freue mich einfach so sehr, jetzt das Remastered mit euch gemeinsam wieder zu zocken auf diesem Kanal. Nehmt den Like Button auseinander, für GTA will ich hier die 10.000 Likes sehen, ich will auch einen vollen Support sehen bei dieser Let's Play Reihe, wir werden alle 3 GTA Teile zocken, San Andreas, Vice City und dann GTA 3, wie in den guten alten Zeiten und ich hoffe, dass ich nicht wie damals Pech haben werde, sonst werdet ihr euch einen ablachen und ich werde hier wieder ausrasten zu Hause. Es soll auf jeden Fall eine neue Grafik haben, alles überarbeitet worden sein und deswegen setzen wir uns hier nochmal dran und ich bin gespannt, was uns jetzt erwarten wird, Digga, GTA Remastered, hört auf Leute, Alter, ich kacke hier komplett ab, let's go, wir starten rein. Sogar mit Menü, hör mal, diese Geräusche, den, 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 hör mal. Boah, das ist ein Sound, der ist Kindheit, der ist Kindheit. Geil, geil, was kann man jetzt hier alles einstellen, Alter, Optionen, du kannst ja hier alles einstellen, automatisches Klettern, Sprinten, Wahnsinn, was ist das denn hier, Grafik, Blooming, Blooming, was ist denn, Rinsen, Rinsenreflexion, Alter, Bewegungsunschärfe, Schärfentiefe, Helligkeit, Kontrast, Bruder, was wollt ihr von mir, ich will GTA spielen. Francis International Airport Liberty City, boah. Alter, das sieht aber echt gut aus. Digga, wenn ich das wieder sehe, ne, ich, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, Freunde, ich sage es nur so, wie es ist. Alter, aber es sieht schon echt überarbeitet aus, wenn man das mit damals vergleicht, schon krass. Ei, ei, ei. Ach, dieser eine Polizist, ich erinnere mich noch. Fargas, zeig uns deine Hände. Ach, das wird was werden, Leute, ey. Auf die Knie, du... Guckt euch bitte die erste Folge an, von vor sechs Jahren, und vergleicht die mit dieser, Digger. My money, man, die Stimme ist CJ. Hey, don't worry about it, ich fühle mich nicht mehr. Ah. Welcome home, Karl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tempenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. He's up, man. Damn. Watch your head. Watch your head. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. Lol, war da gerade ein Pornshop? Hey, man, my back. Digga, da gibt es auf einer anderen Plattform, auf einer Seite, ein paar coole Videos. Ein Pornshop. Könnt ihr mal gerne gucken. Scheiße. Was macht eine wundervolle Familie? Du lasst mich, der ein Polizist erschossen wurde, für nicht mal zehn Minuten. Officer Pindlebearer, ein schöner Mann, I might add. You work fast, Nigga. Was sagt ihr denn zu der Grafik, Leute? Also ich find's schon auf jeden Fall deutlich besser, als damals. Don't bullshit me, Karl. Yeah, don't bullshit him, Karl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll fight. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Bin so auf die Steuerung gespannt und so gleich, ne? Das ist Ballers-Kantry. Ich dachte, du sagst, du warst innocent, Karl. Digga, da fährt erst mal an der Wand lang. Nein, oh mein Gott. Hier ist die Stelle mit dem BMX. Guckt euch das an. Der legendäre Satz. Ah, shit, here we go again. Der geht automatisch. Und da ist es. Guckt mal, wir sind da. Guckt euch das an. Alter. Junge, ganz anderes Game-Erlebnis. Ich würde es dir ganz anders. Wenn ich hier so laufe und so, wie flüssig das ist. Ah, 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 ah. Ach du Scheiße. Krank, guckt euch das an. ich, ich, ich. Also, Freunde, damals GTA San Andreas kam raus 2000, wann kam das raus? 2003 oder so? Das ist schon so lange her und das Spiel ist für mich einfach meine Kindheit, Digga. Ich hab das mit 11, 12 oder wie alt war ich da gespielt? Deswegen bedeutet mir das Spiel so viel. Deshalb hab ich das auch damals nochmal mit euch Let's Play 2015 und jetzt, sechs Jahre später, kam auf der Playstation 5 ein Remastered raus und mit überarbeiteter Grafik und sowas. Digga, jetzt ab zu Groove Street oder was? Oh mein Gott, guckt euch diese, diese legendäre, dieses legendäre Wohnviertel einfach nur an. Guckt euch diesen Kreis an. Wahnsinn. Guckt euch das an. Wie krank. Wie krank ist das bitte. Guckt euch das an. Ah ja, mit Dreieckfahrzeug verlassen. Guck mal hier, Ryder, dieser kleine Hund, Alter. Hier ist sein, sein Fahrzeug, weiß ich noch ganz genau, Alter. Ryder, Easy E und so. Meine Güte. Ich, ich, ich. Geil. Aber guck mal, wie orange das leuchtet, Alter. Was geht hier ab? Wir werden auf jeden Fall safe heute. 30, 40 Minuten zocken. Erste Folge safe. Big Smoke, die erste Mission. Die Jeanshose, Alter. Sieht einfach aus wie True Religion Hose. Da hast du die Mutter, ne? Die ist verstorben. Der Fernseherbester, Alter. Röhrenfernseher, sein Urgroßvater. Kommen die Flashbacks. Ach so, we go, we go. CJ, Alter. Gleich erst mal zum Friseur aufgemachen. Oh mein Gott. Big Smoke. It's me. Call. Chill, chill. Big Smoke. CJ. Oh mein Gott. Was ein Legendentreffen hier, Alter. Wisst ihr noch, wo der bestellt hat? Hey, man. Nah, man. It's my mom, you son. Number nine. Two times of number six. Hey, I don't know why this had to happen. But I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. Ja. Freunde, es geht schon mal gut los, Digga. Leck mich am Arsch. Und wisst ihr, wo das Kabel ist? Weg. Es ist nicht hier. Leck mich doch am Sack, Digga. Geht schon mal gut los, Alter. Ich wollte jetzt einfach nur zuhören. Da bin ich wieder. Junge, Wahnsinn, Alter. Wir sind wieder in dem Haus drin, ne? Krank, so scharf habe ich die Bilder noch nie gesehen. Früher auf PS2 habe ich nur verpixelte Fotos da gesehen. Mann, lass mich fahren, Bruder. Schübsches Auto, die sieht einfach aus wie ein Leichenwagen. Alter, guck mal, wie die Autos leuchten, reflektieren und so. Die Motorhaube und so. Sehr geil. Ey, ich habe die ganze Zeit Pesch im Kopf, ne? Die ganze Zeit habe ich schon dieses Pesch im Kopf. Ich habe voll Schiss jetzt, ne? Carl, hey. Hier we go again. Schauen wir mal wieder. What do you mean? What? Apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Little devil, big devil. Guck mal da, wer da hinten ist. Ryder, dieser Schlawiner. Ich sehe den Stand da hinten. Easy, easy. Die Gang ist wieder back in the business. Guckt euch das an, Alter. Aber wie geil das aussieht, ey. Wie geil sieht das bitte aus? Oh, oh, oh nein. Diese Waffensound. Oh nein. Kennt ihr noch? Diese Sound. Dick, 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 dick. Ich habe es gehasst, Digga. Ich habe es gehasst. Steig aufs Fahrrad. Guck mal, diese Steuerung, Alter. So komisch wieder hier. Eieieiei. Die Steuerung ist dieselbe geblieben irgendwie. Keine Ahnung. So komisch mit diesem X-Tippen zu fahren. Aber das ist oldschool. So muss es sein. Guck mal, diese Bunnyhops. Siehst du denn? Wui. Ich hoffe, man kann hier cheaten, Alter. Wenn man nicht cheaten kann, bin ich am Arsch, Leute. Seid ich mir so, wie es ist? Ey, was schiebst du mich ab, du Hund, Alter? Hallo? Ey, ich bin gleich tot. Ach, mein Leben ist ja noch oben rechts. Stimmt ja. Ey, ich muss die Kamera woanders platzieren, Freunde. Wo platzieren wir die hin am besten? Oben links, nächstes Mal? Ja, oben links platzieren wir die hin am nächsten Mal, okay? Digga, es reicht doch, Alter. Ich habe keine Waffe. Was soll ich denn machen? Ey, ich habe nur noch die Hälfte meines Lebens, ne? Ich fahre jetzt einfach. Ist mir scheißegal. Mach mal Platz hier, ey. Guck mal, Ryder, der Schlawiner. Ganz unauffällig hier am Fahren. Ach, shit, ein Borrisch-Card ist auf uns. Splitt up. Keep up, motherfucker. Guck mal, diese Stimmen wieder. Folge Ryder. Ja, ja. Ryder, Ryder, Ryder. Krank, Digga. Oh, Platz hier. Junge, die Stimmen, Alter. Immer noch dieselbe Qualität. Ey. Ratskill verbessert, siehst du hier? Guck mal, zack, zack. Direkt mal Ratskill verbessert. Easy, wie easy, ey. Guck mal, Ratskill oben links, die Punkte. Ihr könnt ja mal sagen, wo wir die Kamera hinpacken sollen, nächstes Mal. Ich würde sagen, oben links, oder? Hatten wir damals auch, weil sonst seht ihr kein Leben, ne? Ja, erstmal gegen Laterne fahren. Die haben gar keine Waffen, nichts hier, ey. Junge, Handy, geil, ey. Ryder, Big Smoke. Big Cock, Alter. Wie fahren die denn alle hier? Wuhu. Zack. Ey. Lass mich... Hallo. Ey, ich schwör, ich komm nicht hier raus, ne? Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los, Alter. Es geht schon wieder los, Mann. Du bist zu weit weg. Ja, ich fahr doch. Junge, diese Steuerung ist so komisch, ey. Ich bin gerade fast unterm Auto gewesen. Habt ihr gesehen? Die sagen mir gerade, Rockstar, ey, nee, lass es lieber sein, ne? Lass es lieber sein. Hör auf mit dem Spiel, bevor es anfängt. Wie, ich bin peinlich. Hier, ich überhole dich, du Hund. Was willst du? Guck mal, ich bin schneller als du da. Freut er sich richtig, ja, Alter. Wahnsinn. Boah, das letzte Mal. Ja, ich will dich nicht mehr loslassen, ich schwör. Hey, wir werden uns ein paar Hörerraten kregen und chillen die hell aus. Willst du was? Ich habe ein ganzes Mal zu tun. Ich bin leid. Ich werde dich später. Ey, yo, einfach in den. Wir sind alle zusammen. Gia, und gib dir selbst ein paar Farben, Mann. Und einen Haar-Cut. Das ist schrecklich, wenn du mit dir gesehen hast. Ryder, Alter. Du kannst dein Spiel speichern, indem du CJs Haus betrittst. Okay, also speichert der anscheinend doch nicht automatisch. Weil viele meinten, der speichert irgendwie automatisch. Jaja, Fahrzeug in der Garage, wissen wir. Legende, Alter. Boah! Geil, Alter. Geil, geil, geil. Wenn ich das schon wieder höre, ne? Ich höre, die Hälfte meines Lebens ist einfach weg. Ich bin gerade fast unterm Auto gelandet. Wahnsinn. Okay, wir gehen mal ins Haus hier rein. Haus der Johnsons. Okay, da können wir speichern. Wird die Zeit um sechs Stunden vorgespielt. Okay, das wissen wir noch. Alter, so scharf habe ich diese Wohnung noch nie gesehen. Ey, früher konnte man hier noch spielen, ne? Kann man jetzt noch... Ah, es geht. Ich kann immer noch spielen. Dick, 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 dick. Bist du noch? Dick, 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 dick. Dieses Geballer hier. Dick, 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 dick. Ey, geh mal raus hier. Scheiß drauf, wir quitten, Alter. Quit. Quit and shit. We go again. Wir müssen uns mal das Haus angucken. Das Haus ist legendär, Alter. Guckt euch das Haus mal an. Junge, ich kenne das Haus besser als meine eigene Wohnung, Alter. Ehrlich, krank. Wenn ich das hier alles wieder sehe, lang... Aha, Kamera ist ja hier. Stimmt, die Kamera gibt es ja auch noch, Junge. Diese Steuerung, Alter. Wieder mit... Oh mein Gott, ich gucke nach unten. Der guckt nach oben wieder. Ach, geil, Alter. Es geht wieder los. Kleiderschrank. Der hat doch gar nichts hier, oder? Hat der irgendwas hier? Gucken wir mal hier eben. Wisst ihr noch, wo man einfach, wenn man eine Glatze hat, sich einfach eine Afro machen konnte und so? Binko, Oberkörper. Weißes Tanktop, Beine. Ne. Schuhe. Das sieht auch alles anders aus hier, ne? Ne, wir haben nichts anderes. Können wir nichts machen. Wir müssen erstmal so bleiben. Ganz entspannt im Tanktop. So bleiben wir erstmal. Okay. Sagen wir, speichern erstmal. Aber keine Sorge, Leute. Wir spielen noch weiter. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ihr Säcke. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Dieses Let's Play wird legendär werden. Speichern erfolgreich. Let's go. So, wir haben gespeichert. Und wir haben wieder volles Leben. Okay. 350 Dollar haben wir und wir haben volles Leben. Nächstes Mal platzieren wir die Kamera woanders hin. Jetzt den Ryder. Er wohnt ein Stück die Straße runter. Ja, er wohnt ein Stück die Straße runter. Bruder, das ist mein Nachbar, Alter. Wer ruft denn da an? Anruf annehmen mit der 1. Wir können nur die Handygespräche überspringen, wie ihr wollt, Alter. Okay. So, wir machen auf jeden Fall save noch eine Mission. Ab zu Ryder. Ei, ei, ei. Oh, die Musik, hör mal. Die Songs, Digga. Geil, Alter, diese Musik wieder. Das GTA Radio sind immer das beste, Leute. Ich bin doch immer dabei. Junge, dieses Sound. Ich muss aufpassen, Alter. Die GEMA kommt jetzt mittlerweile auf YouTube und sagt, nee, 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 nee. Darfst du nicht hören. Darfst du nicht hören. Dann sperren die das hier. Dann müssen wir aufpassen. Zeig mal, wie man an der Küste fährt. Ja, ja. Ich zeig jetzt, wie ich fahre, Bruder. Guck jetzt. Ich bin guter Autofahrer. Fahr Rider zum Friseursalon. Fahr doch. Hä, jetzt fährt man mit R2? Ich check das nicht. Kameramodus zu wechseln. Ach ja, geil. Junge, Junge, Alter. Früher konnte man nie die ganze Zeit den Text unten noch mitlesen und so. Boah, die Steuerung ist immer noch genauso scheiße. Ich merke das. Ei, 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 ei. Wussch? Wir waren immer hier, Fuhl. Ja, aber jetzt bin ich zurück. Und ich weiß, was ich missen habe. Okay. Wir haben keine Waffe, ne? Wir haben nur die Kamera. Wir haben nur die Kamera. Wir haben keine Waffe am Start. Scheiße. Ach, geil. Jetzt können wir uns den legendären Afro machen lassen, Leute. Ich habe 350 Dollar. Guck mal hier, man kann sogar... Guck mal hier. Afro und Schnurrbart. Das habe ich immer gefragt, wie das geht, Bruder. Wie kannst du einfach... Ey, geil, Alter. Wir machen da... Das feiere ich. The Conroe-Look, Alter. Conroe-Look immer besser. Kostet 500 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Du hast nicht genug Geld. Ach, geil, Alter. Warte, was nehmen wir denn dann? Afro und Bart. Cäsar und Schnurrbart. Wir machen mal das hier. Hier, warte, wo ist das? Jerry. Jerry, Jerry Karl. Jerry Karl hat man damals auch. Aber sieht aus wie Elvis. Oder war das die Frisur? Nein, sieht scheiße aus. Warte mal. Cäsar und Ziegenbart. Was war das hier? Jawohl. CJ mit Bart oder was? Der ist älter geworden. Mach den Schnurrbart hier. Den Ernesto Bart. Mach mal das hier. Den Ernesto Bart. Ja, warte. Ach, du Scheiße. Der ist ein Porno-Darsteller. Ja, komm. Afro und Schnurrbart. Komm. Afro und Schnurrbart. Mach mal Afro und Schnurrbart. Der Friseur denkt sich auch, was ist los mit dem, Alter. Komm, nehm mal das hier. Einfach Nelson, Bruder. Geil, ey. Ich schwör, ich komm nicht klar, ey. Nice to have you back, son. Nice to have you back, son. Diese Frisörbesuche immer so legendär gewesen in dem Spiel. Ein Wahnsinn. Wenn du nichts isst, verlierst du Gewicht und irgendwann auch Energie. Der rote Balken zeigt an, wie viel Energie du hast. Ach ja, stimmt. Man muss ja in dem Spiel auch noch essen, Alter. Essen gibt dir Energie, aber wenn du zu viel isst, wirst du fett. Stimmt. Hol dir was zu essen. Ja, wir sind jetzt hier mitten am Start, Digga. Aber die Grafik gefällt mir, Digga. Gefällt mir auf jeden Fall. Ah, Junge, dieser legendär. Guck mal, der Boden. Wie der Boden reflektiert. Das war früher nicht gewesen. Alter, guck dich den Boden an. Wie geil. Heftig. Wir machen jetzt Big Smoke. Ich hab doch gar kein Geld mehr. Ich hab nur noch 50 Dollar oder so. Okay, kosten wir die volle Lutsche. Boah, ich schwöre auf alles. Ich krieg unnormal Hunger. Hört doch auf. Boah, eine schöne Pizza, Digga. Geh her, ich hol noch eine. Ich nehm noch eine. Boah, wie viele Pizzen hab ich genommen? Ich hab locker vier Pizzen genommen, Alter. Der CJ gönnt sich richtig. Der will dick werden. Macht der jetzt nicht irgendwas, der Ryder? Der bedroht die doch jetzt oder so. Stimmt. Hat der Typ ein Kreuz dahinter in der Theke. Was darfst du denn? Mehr als Christian Ronalso. Oha, wo der Eier? Oh nein, diese Sounds, Alter. Kennt ihr den noch? Buff. Buff. Die Sounds haben die gelassen, Alter. Steig in Riders Wagen. Steig da ein. Steig da ein. Junge. Ich drück 2x3, passiert nix. So, okay. Oder diese Steuerung, Alter. Der rutscht hier mehr als sonst was über den Platz. Boah. Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr könnt doch mal reinschreiben, Freunde. Sollen wir das Spiel jeden Tag bringen oder jeden zweiten Tag und dafür länger? Schreibt das mal rein, was euch lieber ist. Vielleicht sogar jeden Tag. Ich weiß, müssen wir mal gucken. Können wir mal gucken. Wuuuuh. Junge, dieses Gerutsche hier, ey. Bisher noch kein Pech gehabt, Leute. So wie es ist. Bisher noch kein Pech gehabt. Alles super. Ja. Junge, der Elsa. CJ from the Groove Street. Carl Johnson is running on the field. Left to the right. Right to the left. Yeah, I'm back in the business. CJ with the BBC. Yay. Junge, Junge, Junge. Okay, wir gehen jetzt weiter. Sweet. Machen wir noch eine Mission bei Sweet. Ein, zwei Missionen machen wir noch safe. Ganz entspannt hier. Der passt bei Spiel, ne? Ach, jetzt geht das so, irgendwas mit diesen Graffitis und sowas, ne? Da gibt's doch irgendwie hundert Stück oder so, ne? Wie man ansprayen muss. Ich dachte, du hängst mit deinem Bruder, ne? Oh, easel up, Loh, man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Yeah, yeah, for sure. Steigt in Speeds Wagen, Alter. Ja, am Anfang ist noch alles easy, Leute. Ihr werdet es noch sehen. Es wird noch so schlimm werden. Es wird noch so schlimm werden. Ich kam mit Sweet nach Idlewood. Und diese Radiomusik, ne? Ich hab die so vermisst. Die waren immer so geile Songs gewesen. In allen GTA-Teilen, ne? GTA, White City war, finde ich, das geilste Radio, glaube ich. Aber das war so geil. Richtig dieser 80er-Jahre-Style. Idlewood. Ach ja, genau. Hier sind diese Graffitis. Stell dich vor, das Graffiti, dann hat er zwei Glück, um es zu übersprühen. Groove Street for Life. Okay, komm. Wir machen jetzt da. Zack, R2. Oh, geil. Zwei von 100. Genau, Junge. Wie viel ist es hier? Was hat man eigentlich damals bekommen, wenn man alle 100 gemacht hat? Ich weiß gar nicht, ob ich das damals gemacht habe, alle 100. Hä? Wo ist denn der andere? Hinter der Mauer hier, oder? Ja. Ja, ja. Zack. Easy. Diese Steuerung wieder hier, Alter. Tak, 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 tak. Whee! Tak, 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 tak. Junge, was macht der da für Bewegungen? Beruhig dich mal. Diese Sounds wieder. Der Geist sehe ich schon kommen, eine Laterne fliegt auf meinen Kopf oder irgendwie sowas. Das Revier der Ballast. Ballaststoffe. Junge, wie fährt der? Fahr nach East Los Santos. Bisher haben wir wenigstens keine Polizei hinter mir gehabt. Junge, ich kenne die Straßen hier besser als meine eigene Hook, wo ich wohne hier in Düsseldorf, Alter. Wirklich. Ich kenne nur aus, boah, kein Navi. Ich kenne nur in- und auswendig alles. Dieser schöne Park hier. Weiß ich ganz genau. Ah, hier ist doch dieses eine Fitnessstudio oder sowas, ne? Trivalisiert Gangs. Bringt den Respekt einer Gang ein. Graffitis sind überall in Los Santos zu finden. Okay. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Oh, oh. Respekt erhöht. Du kannst ab sofort eine Zwei-Mann-Gang führen. Guck mal, die Eier lecken. Diese kleinen Typen sind Gangmitglieder der Ballast. Die sind eure Erzfeinde. Leck meinen Sack, Bruder. Ich spray hier einfach. Was willst du von mir? Ich übersprüh. Komm her, du Hunde, Alter. Ich übersprüh dich, hä? Gefällt dir das, hä? Gib dir eine Bombe. Oh, oh. Polizei, Polizei. Gib dir eine Bombe. Gib dir eine Bombe. Nein, es ist auch noch Polizei hier. Hallo. Gib dir eine Bombe. Gib dir eine Bombe. Boah, guck mal, wie die auf einmal so leuchten, die Polizisten. Oh, oh. You're a CJ, man. CJ, back in the business. Ihr Schwänze, Alter. Schieß doch, Junge. Ey, das ist das ekelhafte Ziel. Ziel doch auf den drauf, Junge. Ey, mein Leben ist fast weg. Polizei ist immer noch hier. Ey, wohin? Zieh. Ich hab keine Munition mehr. Lauf um dein Leben. Die Ballast kommen. Die Ballaststoffe kommen. Weg, weg, weg. Ich hab kaum Leben noch, Alter. Scheiße. Es geht wieder, es geht wieder los, Alter. Scheiße. Wir haben noch zwei Sterne Polizei. Drücke Fick, um den Zaun zu klettern. Schnell, 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 schnell. Was? Wo ist denn jetzt hier das andere Graffiti? Ist das hier oben drauf? Kante. Oh, drücke Fick, um zu klettern. Okay, ja, okay, okay. Zack. Zack. So, jetzt kann ich mir die Eier lecken, Alter. Hä? Wo ist das denn? Ah, hier ist das. Okay. Nein, 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 nein. Ey, ihr wollt nicht mein Leben sehen. Ich schwöre, mein Leben ist weg. Ich bin tot. Eigentlich bin ich tot. Bitte, guckt euch mein Leben an. Warte, ich mach die Kamera aus. Ey, guckt euch mein Leben an. 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 Ein einziger Streifen. Ich bin tot. Oh, oh, da ist der Polizist, der Polizist. Ey, ich muss da jetzt irgendwie in das scheiß Auto kommen, ohne dass der mich sieht. Oh, ich will den... Ah. Ey, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich bin von dem Dach runtergesprungen. Der ist gestorben. Habt ihr das gesehen? Was ist das denn jetzt? Ich muss vom letzten Checkpoint nochmal versuchen. Ja, geil. Wieder ganze Mission von neu, Alter. Leckt mir doch die kompletten Eier, Digga. Es geht schon mal gut los wieder. Ach, komm. Leckt mir doch den Sack. Der fällt von dem scheiß Haus runter. Dreckt down, ey. Digga, jetzt spray ich hier Graffiti und die Polizei kommt. Leckt mich doch am Sack, Alter. Lasst mich doch alle in Ruhe, Mann. Jetzt duckt er sich auch noch. Ey. Ach, hau ab mit deinen scheiß Gang mit dir. Ich mache jetzt einfach die Graffitis und schaue hier ab. Lass mich in Ruhe, Alter. Hier. Zack. Leckt meinen Sack. Und tschüss. Am Sack lecken, Alter. Surprise, Motherfucker. Ja, guck mal, der Polizist kommt auch geduckt um die Ecke, Alter. Was machst du jetzt, wenn ich dein scheiß Motorrad klaue, hä? Du Eierkopf, Alter. Klaue ich dein scheiß Motorrad. Kannst du mir die Eier lecken. So, okay. Wir gehen jetzt wieder hier lang. Wieder hier nach oben. Ich schwöre, der ist gerade einfach gestorben. Jetzt habe ich volles Leben. Habt ihr gesehen? Der ist einfach nur vom Dach runtergesprungen. Von hier. Und ist gerade gestorben, Alter. Da könnten wir... Wollt ihr mich verarschen, oder was? Dann mach die Scheiße fertig, Junge. Gut, ich... Das geht schon wieder gut los, Alter. Ja, komm her. Mit deinem scheiß kaputten Auto da vorne. Geh das mal reparieren, du Idiot, ey. Ich kann einfach hier runter... Ich bin gerade einfach hier runter... Ja, guck mal. Jetzt verlier ich kein Leben, ne? Aber gerade, wo ich kein Leben habe... Ach, komm, leck meinen Sack, Alter. So. Und wohin jetzt? Na... Ey, Leute, ich hab keinen Bock mehr. Das ist die erste... Das ist die erste Folge. Ich steig ins Auto ein. Ich werd verhaftet. Es soll nicht sein. Ich und dieses Spiel werden keine Freunde, Alter. Ich schwöre es dir. Ich raste gleich komplett aus, Mann. Warum ist die Polizei wieder hinter mir her? Die haben doch gar nichts gesehen. Die können hinter mir her sein. Ich verstehe das nicht. Ich hab das extra auf Undercover gemacht, dass keiner das sieht. Haben die anderen Glenn-Mitglieder die Polizei gerufen, oder was? Die Opfer? Ich dachte, die kämpfen mit eigenen Fäusten. Ey, jetzt mach ich diese Stelle schon zum dritten Mal. Und ich krieg die Krise gerade, ne? Ich krieg die verdammte Krise hier. Gerade wurden wir hier einfach verhaftet. Es kam aus dem Nichts ein Polizist. Jetzt beeile ich mich aber jetzt. Schnell, schnell. Geh einfach rein. Schnell. Guck mal, die Oma wieder mit ihrem Rücken da hinten. Seht ihr das? Fahr, fahr, sofort, fahr. War da wieder ein Polizist? Ich dachte schon, ne? Okay. Begib dich wieder zu Sweets House. Ey, du meinst, ich geh noch die scheiß Zäune kaputt. Ey, wieso gehen die scheiß Zäune nicht kaputt mehr in dem Spiel? Digga, ihr fliegt. Guck mal, was schwebt hier in der Luft, Digga? Ihr fliegt einfach ein Auspuffmotor. Was fliegt da in der Luft? Was ist das hier? Digga, was fliegt hier? Was ist das, Alter? Guck mal hier, was ist das? Oh yeah, the big cock. Digga, es ist der Autor, der ist dein Penis. Ah nein, die Polizei ist schon wieder. Ey, hört doch auf, Digga. Hört auf, hört auf, hört auf. Lass mich rein. Schnell, Sweets, mach Platz, du Hundesohn. Nein, 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 nein. Fahr. Ey. Ich krieg die Krise hier, ne? Ich krieg wirklich die Krise, Leute, Alter. Warum haben wir das wieder angefangen, diese Scheißspiele? Fahr, Junge. Fahr. Jetzt rechts um die Ecke. Komm, komm, zack. Komm, nochmal rechts. Genau so. Mein Gott, diese verdammte Drecksteuerung. Da ist schon wieder ein Polizist. Nein, fahr. Ey, hätte der mich jetzt noch festgenommen, ne? Dann wäre es aber komplett. Die nehme ich auch noch mit. Bam. Katharina, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Was passiert hier? Das ist wie Fahrradfahren. Auf jeden Fall ist das wie Fahrradfahren. Gib mal Kohle, ich bin blank. Spruch, Geld. Hol dir ein Bier, Bruder. Was für Bier, Alter. Boah, krieg ich wieder direkt die Krise bei dem Spiel, Alter. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Was ist hier los, Alter? Ist hier ein Catwalk? Aber warum geht denn hier alle gleichzeitig nach der Reihe? Hola, Chica. Digga, wie laufen die denn hier rum? Was geht denn hier ab, Alter? Verdammte Scheiße. Komm, eine Mission machen wir noch für euch, ihr Säcke, Alter. Eine Mission machen wir noch. Die letzte Mission für heute. Cleaning der Hütte. Oh, die Musik. Na ja, wie den alten Zeiten, Alter. Scheiß auf die alten Zeiten. Digga, was ist das für eine dreckige Küche? Guck dir mal den Herd an, Alter. Was ist das denn? Oh, Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. beep up is only a couple of blocks away. Ugh, girl, blocks away. Was ist das für ein paar blocks away? Europa ist得 ... Ich sch schauf an Ihrem Scheiß-Baseballschläger, Alter. Falls Rideur einen Kampfentwickel wird, drücken nach oben. Wenn du zu Fuß unterwegs bist, bist du ihn wieder an deine Seite zu rufen. Die Eier lecken der Rideur, Alter. Moment, diese Scheißzäune gehen einfach nicht kaputt. Das fuckt dich am meisten ab. Boah, Bruder, wie der wieder fährt, Alter. Ich krieg die Krise. Oh nein, sind wir nicht hier in diesen komischen Wohnvierteln jetzt hier wieder und müssen da in irgendwelche Luden rein? Geht doch vor Ort hier. Sieht aus wie 50 Cent in seinen jungen Jahren, Alter. Boah, diese Musik, Digga. Ach, der Vogel ist das, Alter. Junge. Big Beer, Alter. Ja, Sir. Now go make that motherfucking Toiletspot. No, man. Big Beer. Junge, was der für eine Nase hat, dieser Beer, Big Beer, Alter. Der einfach Rockstar-Jacke an. Guck mal, einfach Rockstar-Jacke, der Vogel, Alter. Machen die noch Undercover-Placement hier, Alter. Das hatten die alle, der damals nicht gehabt. Wollen wir ein bisschen Werbung machen für Rockstar hier. Eieiei, die ganzen Drogen-Junkies hier, Alter. Cruisen wir ein bisschen durchs Viertel. Schlag den Crack-Dealer zusammen. Ich werde den einfach überfahren, Alter. Das werde ich machen. Ich mache es auf meine Art. Ich werde den einfach überfahren. Da, roter Punkt auf der Karte. Oh, sorry, das ist mein eigener Gang-Mitglied da. Tut mir leid, Moody. Was passiert denn schon wieder? Da ist er noch, oder? Einen der Homies. Er kriegt erstmal einen Basie an den Kopf. Er kriegt Starkzeugknüppel. Ja, warte mal. Er kriegt mal Knüppel hier. Nein, nein. Oh, sehr gut. Ja gut, das geht auch natürlich, ne? Hey, ain't that front yard turf? Yardi, genau, den Yardi-Wagen. Yardi. Oh. Hey, CJ. Greift den Schläger da drüben. Ja, komm, pack dir den Schläger. Guck, die machen auch wieder Klassenfahrt hier da drüben, Dinger. Wie viele Leute sind die da schon wieder? Okay, komm, weiter geht's. Jetzt wird's ernst. Naja, bin ich mal gespannt, wie ernst es wird. Komm, steig ein. Guck mal, der Polizist hier wieder, Alter. Wieder komplett. Vorsicht, Vorsicht. Nicht den Polizeiwagen berühren, sonst gibt's wieder Ärger. So, komm, hoppa. Eine Crackhöhle. Riecht man schon Kilometer im Voraus. Eine Crackhöhle. No, starte nochmal einen kleinen Besuch dort ab. Ich hab eh die Waffen von der Polizei. Ich baller da einfach gleich rum mit der Pistole an. Könnt ihr mal gucken, was die machen, die Schweine, Alter. Guck mal, der kriegt einfach einen Blowjob da hinten, Dinger. Was geht denn da ab? Dinger, der kriegt einfach einen Gelutsch da hinten. Was geht denn hier ab? War das früher auch schon so? Kommt alle her, Junge. Hau den auf die Fresse. Hau da rauf, Junge. Hau drauf. CJ. Bruder, wo schlägt der hin, Mann? Ey, ich bin ja stot, ne? Schlag, schlag. Ey. Wo ist denn Ryder? Hilf mir doch mal, Alter. Ey. Steh auf. Dinger, wie viel Blut fließt denn hier, Alter? Was geht denn hier ab? Seit wann fließt denn so viel Blut in dem Spiel? Dinger. Ah, Mann, na, hier, Alter. Fahrt zurück zu Sweets, Bruder. Bruder, was ist hier passiert, Alter? Wo ist denn die Chaya hin? Da ist die. Hola, Chica. Guck mal, der raucht sich einen dicken Bong, alles mögliche. Porno, Zeitschriften, alles hier am Start. War ja klar. Aber Bruder, wenn wir schon alle vermöbeln, dann gehört die auch noch dazu. Ist mir scheißegal, Alter. Mir ist scheißegal. Du hast nichts gesehen. Zeugen müssen ausgeschaltet werden. Hier. Zeugen werden ausgeschaltet. Zack. Und tschüss. Mir ist scheißegal. Platz, Ryder. So, ganz easy, Alter. Zack. Haben wir mal ein bisschen hier klar Schiff gemacht, Leute. Das ist auch ganz wichtig, ne? Man darf nicht immer hier Zeugen am Leben lassen. Die Bellas wissen, dass die Groups wieder da sind. Ja, ja. Wir sind wieder da. Ich dachte schon, der ist gerade tot, ne? Wie wäre es denn mal, wenn du einsteigst? Guck mal, die rennen immer in Zeitlupe. Wenn man einmal will, dass die... Einsteigen, steigt da in Zeitlupe ein, Alter. Wahnsinn. Wahnsinn, Alter. Ich krieg die Krise, Leute, Alter. Die werden sauer sein. Die Eier lecken, ey. Schwach. Die spielen, ne? Arm. Ja, auf einmal macht er totale Bremse, ne? Ich fahre mit 500 km h da hin. Boah, Dig. Bin nicht froh, dass wir es jetzt im Tanz haben, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Komm, eine Mission machen wir noch, ihr Säcke, Alter. Für euch machen wir noch eine Mission. Das ist die letzte Mission. Und wehe, lasst alle keinen Daumen nach oben da. Macht die 10.000 Likes voll, ihr Säcke, Alter. Drive through. Ah, ist es das? Ist es die legendäre Mission? Wurde er da bestellt? Oh mein Gott, ich hab Hunger. Es geht los, Leute. Legendäre Bestellung in der ersten Folge. Wie geil ist das denn, Alter? Super. Gut, dass wir die Mission noch machen. Ich glaub, die war chillig, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ey, diese Bestellung ist so legendär. Wer das nicht kennt, die Szene. Ihr lacht euch gleich kaputt. Jetzt krieg ich auch wieder unnormal Hunger, Alter. Immer hasse ich, dass wir nie in Spielen essen. Guck mal, jetzt gehen wir zu viert dahin. Und gönnen uns jetzt erstmal was richtig. Ja, Chucking Bell, Alter. Den Laden gibt's wirklich. Ich war ja auch in Amerika gewesen. Hab ich mir damals da auch was geholt. Schmeckt absolut scheiße, der Laden. Also der war echt nicht gut da, wo ich war. Vielleicht gibt's ja, je nach Standort und so, auch noch ein paar Unterschiede. Aber da, wo ich gewesen bin, der Laden war Katastrophe. Ja, das ist es, Freunde. Guckt's euch jetzt an. Das ist die legendäre Szene. Guckt sie euch jetzt an. Genießt sie. Genießt diese Szene hier. Hört auf Big Smoke, was der bestellt. Junge! Junge! Junge, was nimmt der alles, Alter? Wie kann man so viel essen? Wer zahlt das? Jetzt wird gegessen, Alter. Diese Bestellung war einfach nur legendär, Alter. Die war legendär. Chucking Bell, Alter. Nee, jetzt gönnen die sich da erst mal im Auto, Alter. Ich guck jetzt auf, wieder richtig Bock auf KFC irgendwie, Alter. Wegen Chucking Bell, Alter. Boah, die gönnen sich jetzt richtig schön Burger und so alles. Oh, oh. Digga, was ist das für ein Auto? Alfa Ufo. Drive by. Nimm dir das Gang-Auto vor, Ehe sie deine Homies. Aber da, hier kommt der, ich schweine. Der Auto, öffne das Feuer. Ja, ich bin doch nach dran. Der schießt doch drauf. Schießt den noch ab. Der kann doch nicht weg. Schießt den ab. Was kommt denn auf? Scheiß, LKW nur auf mich zu. Zack, erledige die Game-Mitglieder. Zack, überfahr den. Junge, wie oft musst du den noch überfahren, Alter? Als sweets Brude. Ah, guck mal, so stelle ich mir die Mission vor. Zack, zack, easy. Und wir haben es geschafft. Ganz einfach, Freunde, Alter. Kein Stress, gar nichts. So muss es sein und nicht anders, Digga. Genau so und nicht anders. Guck mal, hier wieder Profi bin ich wieder am Fahren. Zack, zack. GG's, Alter. Das war eine entspannte Mission. So stellt man sich das davor. Zack, Gegner platt gemacht. So Missionen, so Zielfahren. Erdlich. So muss es sein. Ach, der hat das Essen von dem auch noch gegessen? Es wäre kalt geworden. Der Big Smoke, Alter. Der, der da alles gegessen hat. Let's go. See y'all later. Bringst du mich heim? Bin ich dein Taxi oder was? Bestell dir ein Uber. Big Smoke. Guck mal, wie die wieder gehen. In Zeitlupe. Sieht ihr das? Ein auf Gangster. Fahr Smoke zu seiner Bude, Alter. Muss ich auch noch hier Taxi spielen, ey. Dann gucken wir uns nochmal seine Bude an. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die aussah. Ja. 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 Ja genau, dieses Haus war das. Dieses komische Haus hier, Alter. Ja, Mann. Ich erinnere mich zurück. Ich erinnere mich zurück, Digga. Dieses Haus. Eine Tüte oder irgendwas entspann dich. Einfach mal erstmal mit der Waffe aus dem Auto gehen, so als wäre nix. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ja, Freunde. Das war's an der Stelle vom allerersten GTA San Andreas Let's Play. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst einen dicken Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr die 10.000 Likes voll macht auf die guten alten GTA-Zeiten. Wenn ihr das schafft, wäre auf jeden Fall sehr, sehr krank. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wir gehen jetzt noch speichern. Das muss man ja leider machen in dem Game. Immer wieder neu speichern, speichern. Und ja. Damit würde ich sagen, euer Rille-Peter verabschiedet sich. Wir speichern jetzt hier Big Smoke. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns vielleicht schon morgen bei der nächsten Folge wieder. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie oft ich das Spiel bringen soll. Jeden Tag, jeden zweiten Tag. Wenn ich es jeden Tag bringe, dann werde ich so eine halbe Stunde zocken. Jeden zweiten Tag würde ich 40 Minuten machen. Schreibt's rein, Leute. Euer Rille-Peter ist raus. Das war's vom ersten San Andreas Let's Play. Und rein, Freunde. Macht's gut. Und ciao.